ich wünsche allen einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zu den minecraft minigames und dabei ist auch wieder die jadi hallo jadi ja und wir spielen natürlich wieder auf mein plex ein bisschen reingelaufen haben noch 19 sekunden und dann geht super paintball los paintball finde ich auch immer ganz lustig so ein bisschen rum ballern ich nehme das rifle das ganz klassische weiflung was nimmst du für eine klasse sind wir in einem team du nimmst auch das rifle jetzt aber schnell du hast noch eine sekunde zu spät cool hallo okay dann ganz klassisch rum schnippeln so jetzt wird es nämlich interessant okay ich habe einen erwischt der hat sich auch nicht wirklich bewegt und er hat geleckt das war frech nein ich bin tot ich habe sie erwischt ich habe sie erwischt okay ich bin wieder erwischt aber ich habe einen mehrfach erwischt auch ein ich lebe wieder ich habe doch noch geworfen nein ich habe doch noch geworfen wo sind wir denn hast du mich wieder beliebt oder irgendwer hast du draufgegangen dann bin ich doch bitte bitte ist nur noch einer von uns nein lauf kleiner wand laufen okay muss ja auch erst mal wieder reinkommen dass wir irgendwie nix was war das was war also aber hast du mit keine richtigen klasse gesehen ja ist richtig wir haben es aber auch mich abgesehen ja eindeutig aber sowas von eindeutig so jetzt einmal hier eine richtige klasse nehmen ja schnippern kann man auch mit dem mit dem riffel das ist jetzt nicht das problem diese geräusche was machst du da bei der party hütte machst du party bei der party hütte ich mach party bei der party hütte ich will jetzt nämlich noch mal in die hütte rein das habe ich beim letzten mal nicht geschaffen ja ich hänge wieder boden fest hilfe das ist gerade aber ich kann ja einfach okay jetzt aber mal richtig sagen wir die maschinen können jetzt werden wir die einfach mal so hat unter druck setzen einer wird ja schon gewinnen hier muss ja muss ja direkt getroffen freche treffer lumpis ja das dumme war ich war da hinter mir war zwei dinge hoch besser dann kommt ja nicht hoch das ist belebt mich wieder ja sehr gut jetzt erst mal jahren bewachen ich habte wiederbelebt aber der darf so den habe ich nein 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 ich bin gerade wieder bewegt ach man guck mal da bin ich ich bin zweimal da oh nö der hat uns nicht wieso hast du das ist ja voll merkwürdig auch so bin die lava gefallen oh nö ich hab die zwilling okay nur am verlieren ja nur am verlieren ich nehm die shotgun ich nehm die shotgun ich nehm die shotgun ja okay oh ich hab Fledermäuse bekommen mal wieder oh da hat einer eine truhe aufgestellt jetzt will ich aber noch mal in die hütte rein das will ich jetzt endlich mal schaffen hier so wie war das zack ha so einfach hallo so einfach war das so einfach guck dir das an wie einfach das war ja gut war natürlich ich habe ja natürlich gezeigt wie es geht ich meine ja wahnsinn kann man die noch hier ins fenster stellen die raketen im fenster das ist tischfeuerwerk bloß in fies okay wir sind also wieder in verschiedenen teams ich sehe schon das ist aber unfair ihr seid einer mehr ja und das ist ja gerade du bist ja gerade frech gemein oh falsch ich wollte ja schießen so 1 hoppala ja irgendwer irgendwer muss sich ja hier kümmern hört auf euch immer wieder zu beleben ihr frechen lustigen lustigen ich bin ich bin garantiert nicht hier ach verdammt ich hatte so viele gegen mich konnte gar nichts mehr also ich hab immer wieder Leute abgeschossen da haben die sich wieder zurück wiederbelebt wieder abgeschossen wiederbelebt ich habe einfach keine chance keine chance ok dann muss es doch der rifleman sein einfach die abwehr was war das denn jetzt schon wieder keine ahnung das ist jedes mal wenn man ein bisschen witz tritt ne aber diesmal wird es richtig diesmal habe ich ein gutes gefühl ich glaube ich bin team blau also sind wir wieder in verschiedenen teams alles klärchen dann schauen wir mal was da so abgeht so habe ich ja noch irgendwelche lustigen sachen die ich benutzen kann schneebälle frohne kanonen so zwei sekunden jetzt geht los aber diesmal richtig diesmal bin ich hoch motiviert und versuche ich mal ein bisschen bei meinem team zu halten was hast du eigentlich genommen hast du eine maschine ich hab gar nicht aufgepasst aber jetzt sind wir mehr jetzt müssten wir es eigentlich schaffen hier schnippert einer rum wo sind denn die anderen hier passiert gerade nicht so viel doch auf der linken seite ist party ok ich verstehe schon du bist bestimmt auf der ok bist du nicht einer ist es noch ich habe abgelenkt das muss reichen das war die die auch mal gewonnen auch wenn ich nichts gemacht obwohl ich stehe ich ganz oben weiß nicht ist das weil man gut ist oder ist das einfach per zufall stehe ich ganz oben ich denke das ist eher zu völlig weil ich hatte jetzt nicht so das gefühl dass ich viel gemacht habe ich habe ein abgelenkt und einen dann am ende so gedreht dass ihr oder die anderen den rücken rennen konnten das wars aber auch Egal, ich nehme jetzt hier wieder Neues Ding Ich berate aber nicht, was ich genommen habe Und ich weiß, du hast den Maschinengang genommen Ich sehe es doch Aber wir werden in einem Team sein, glaube ich Weil ich bin blau Und du bist blau Und in Team Blau bin ich auch noch Also Was ist los? Was ist dann los? Nein, meine Nase Nein, ich habe keine Nase mehr Schaut es euch an Die hat mir meine Nase geklaut Gib mir meine Nase Bist du Bist du mir so eine Nase klaut Na, warte Alles klar Du fällst schneller als ich Das finde ich frech Okay So, Team Blau Moment Ich stehe wahrscheinlich irgendwo auf einer anderen Seite Gehe nur einen Bei mir Ja, ja, bei mir ist auch bloß einer Aber da drüben bist du Ich bin hinter dir Also Jetzt So Wo sind die Gegners? Da drüben sind Gegners Okay, ich habe einen schon zweimal getroffen Oh Oh, bei mir sind ganz viele Au Au Nein Ah, okay Die sind auf der linken Seite Da haben mich ganz schön viele Abgeschossen Die tummeln sich da Und ihr Habt die gerade eingekreist Sehr gut Sehr gut Sehr gut Einfach ein bisschen Party machen Wie, den habe ich nicht getroffen Jetzt habe ich Nein Ach, das darf doch nicht wahr sein Wie die immer treffen Da Ich bin übrigens schon wieder kaputt Okay Alles klar Das konnte ich auch ganz gut bebrauchen Also von daher Nicht schlimm Okay, ich habe ihn zweimal getroffen Aber das reicht glaube ich nicht Okay Eins, zwei Und einer AFK Jawohl Einer AFK, den habe ich mir geholt Also das war Warum bist du Guck mal, ich stehe aber auch daneben Und ich habe sogar noch eine lustige Rüstung Von meinem überliegen Ich habe keine Ahnung Weil wir so cool sind Weil wir Da muss man einfach zweimal da sein Das ist die Geralt-Ausrüstung Das ist die Geralt-Ausrüstung Genau Die habe ich noch Drüber liegen Das war doch ganz gut Das Das So Diesmal nehme ich nochmal die Shotgun Das geht ja immer recht schnell hier Mit den Game Loot Game Loot? Du hast Was? Das ist ja frech Das ist ja frech Ich glaube ich Ich habe auch noch ein paar Truhen Die können wir dann Am Ende der Folge auch nochmal aufmachen Mal gucken Ob da vielleicht lustige Sachen drin sind Boing Ah, man ist überdruhlt Ah, verflixt Okay Ich kann das nicht Ich bin da nicht fähig Kann man auch nochmal spielen Ja, Dragon Wo es darum geht Das gut zu können Dragon Escape Also genau Nicht das Dragon Sondern das Dragon Escape Da gibt es nämlich Glaube ich auch Nochmal ein paar neue Maps So wie ich das gehört habe Oder zumindest welche Die wir noch nicht so kennen Neue sind die vielleicht nicht mehr Aber wir kennen die halt noch nicht Das ist ein Unterschied Und ich glaube wir sind wieder In unterschiedlichen Teams Ich werde Team Rot sein Und du wirst Team Blau sein So wie ich das sehe Alles klar Team Rot und Team Blau Vorbei Und ich bin tatsächlich Team Rot Und Jani ist mit mehr Leuten In Team Blau Mist Jetzt müssen wir gut kämpfen Ah, das wird wieder Ein effektiver Kampf Okay Ich wurde gerade gesäubert Das ist verdammt nett gewesen Warum sind wir so langsam Ich weiß nicht Warum Hast du die Shotgun genommen Nein Dann wird die Shotgun nicht schneller Ne Der Shotgun Nein, nein, nein Das darf doch wohl nicht wahr sein Ich bin einfach so unfähig Und das schießt immer so langsam Noch keinen einzigen Gegner gesehen Ja Nö Sind auch alle tot Wer hätte es gedacht Wir haben Da ist einer Und wie der einfach mitten durch rennt Und keiner trifft den Wo ist der? Nö, nö, nö Jetzt ist er tot Oh Ich bin kein Zwilling mehr Tschüss Oh nö Oh Alle tot Warum Warum Wie, Adi Warum machst du sowas Du, den du da mit der Reihe stehst Warum Warum lässt du sowas zu Okay Jetzt einfach mal hier Wir müssen jetzt mal hier Effektiv Keine Ahnung Irgendwie mal gewinnen Das geht ja so Ich hab da irgendwie Ja, ich glaub ich bleib doch Oder ich bleib bei dem Ja, oder Oder geh ich doch zu dem hier Warum mach ich das hier Das hier Okay, okay So Jetzt weiß Jani effektiv nicht Obwohl, wir sind in einem Team Okay Also, egal Das Rifle genommen Das Ruffel Das Ruffel Nein Kommst Warte Na, warte, Fräulein Dich hake ich zurück Das kannst du aber wissen Bist du schon wieder zurück? Oder bist du immer noch am Fallen? Du machst dann bestimmt freche Sachen Und wo bist du? Wo hast du dich versteckt, Fräulein? Fräulein, hier Hier ist ein Creeper Da kann ich mir immer noch Ein Daily Reward abholen Ich weiß gar nicht Wo ist denn der? Ist der das hier? Das hier? Daily, da Plunk Wupp Und er explodiert, er Wuff Weil er doch Spaß dran hat Aber wo hast du dich versteckt? Wo hast du dich versteckt? Oder hängst du dann noch irgendwo rum? Er hat sich bestimmt rumgeteleportiert Kann ich Könnte ich glatt wetten Hä? 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 Ja, ja So ist das nämlich So, Attacke jetzt hier Jetzt wird hier elegant Sich die Gegner geholt Die kommen wahrscheinlich alle Über die rechte Seite So wie sich das gerade anfühlt Weil hier ist effektiv Nicht viel los Und ich gehe einfach mal nach oben Um mir ein bisschen Den High Ground zu sichern Oh, ich bin schon tot Alles klar Und ich sehe da hinten Peng, peng Oh, das war geschnippert Beläbt mich wieder Du komischer Typ Der hier oben einfach ist Warte Beläbt mich wieder laughing Bebel 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 Okay, einen hab ich erwischt Ja, den habe ich auch erwischt. Yes! Oh, da habe ich aber richtig, ja, richtig losgelegt hier. Also, das war eine gute Runde. Nee, warum stehe ich ganz um? Ist das alles Gute? Ja, das ist alles. Also, ich vermute, dass es genau andersrum ist. Aber da haben die anderen ja richtig viele geholt. Oder ist das überhaupt keine Reihenfolge, sondern einfach bloß eine stumpfe Auflistung. Vor allem, warum dürfen wir nie welche runterwerfen? Warum dürfen das immer nur die anderen? Also, ist gemein. Ja, nee, ist wieder Team Blau. So, okay. Dann bleibe ich beim Ruffel. Da habe ich bis jetzt am meisten Kills mitgeholt. Beim Rüffel. So, was hast du, wie hast du das gemacht? Zeig. Zeig mir, wie du da, wie du genial dich versteckt hast. Du bist bestimmt runtergefungen und standest dann da. Ich werfe wieder in den Tod. I see. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, du warst also ganz clever. Ja, ich verstehe. Äh, nein. Oh, warte. Mein Bein ist eingeschlafen. Dein Bein ist eingeschlafen. Kann man hier nicht mehr auf den Dingern draufstehen? Anscheinend nicht. Auf der Schrift. Ich habe gerade versucht, auf der Schrift zu landen. Das geht aber anscheinend nicht mehr. Da war ich aber nicht. Nee, ich weiß, ich weiß, dass du nicht, ob du, du warst ja im Wasserfall, aber. Nein. Nein, äh, das ist ein, äh, Zauber-Trick. Oh, jetzt erst mal vor das Mikro geschlagen. Ja, das war auch ein Zauber-Trick. So, äh, alles klar. Piu. Äh, neu. Einfach reinrennen. Ja, da steht einfach einer davor. Ah, hier ist natürlich nicht so gut zum, zum Rumschnippern. Au, 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 au. Ich wurde getroffen. Au, au, au. Ich bin tot. Okay. Was war das denn? Keine Ahnung. Ah, da hat mich einer... Was? Okay, die haben uns eiskalt überrannt. Ich, äh, ich hätte jetzt gedacht, dass noch mehr Leute von uns sind. Ich wollte mich eigentlich um die andere Flanke gewonnen, weil da waren so viele und wir haben eiskalt verloren. Wieso haben wir verloren, Jani? Was ist da los? Was ist da los? Okay. Jetzt, jetzt hat Jani verloren, jetzt hat Jani gar nichts mehr. Ja. Das war aber auch... Wir wurden aber auch überrannt. Das war aber kacke. Meine Güte. Okay, also... Schuh rück in die Lobby, sagst du. Hallo? Da. So. Einfach ein komisches Bett. Ich weiß nicht, bist du mit? Ja. Wir treffen uns in der Lobby 7, wenn das geht. Geht nicht. Okay, dann in die Lobby 5. Die geht. So. Er hat auch in Lobby 4 bleiben können. Ey, hier regnet es. Okay, und ich wollte ja nochmal gucken. Ich hatte ja gesagt, von wegen Truhe öffnen. Das mache ich jetzt auch. Weil ich weiß, ich habe noch so ein Ding. Guck mal, da öffnet nämlich auch einer gerade eine Truhe. Und hat einen Hund bekommen. Und was kriegst du? Ich habe gar nichts. Du hast gar nichts? Ich habe gar nichts. Ich habe noch zwei Ancient Chests. Da öffne ich jetzt eine von. Plump. Weg. Ich muss wichtige Truhen öffnen, Jadi. Ich habe eine gekauft. Ui. Bom, bom, bom. Welchen soll ich öffnen, Jadi? Sei meine Glücksfee. Die. Die? Meloden. Lecker Meloden. Okay, und dann öffne ich die noch. Wow. Das war gut. Hast du gesehen? Ich habe was Rares bekommen. Und die hier vorne? Hat sich gelohnt. Ich kann noch eine. Okay, dann suche ich mir noch eine aus. Und hier, die war gut. Dann nehme ich die. Juhu. Oh, Chicken. Chicken. Das Minecart ist cool. Nice. Cool, das gleich mal ausprobieren. Was ich hier gekriegt habe. Maunz, maunz. Ich habe ein Minecart. Ich habe ein Minecart auf dem Kopf. Nee. Was ist ein Minecart? Hui. Schaut mich an. Brrm, brrm, brrm. Kann ich jetzt die ganze Zeit mit rumcruisen? Die hier vorne. Okay, warte mal. Wenn das dann so ist, dann nimm noch die hier. Da war mir ein Minecart drin. Okay, such du aus. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht schon. Okay, der Typ da. Cool Boy. Wenn der Cool Boy, wenn schon cool in seinem Namen ist, dann muss da ja was Cooles bei sein. Und ich fahre noch ein bisschen in meine Minecart rum. Ich bin auch da rein. Kannst du da auch rein? Nein, das ist mein Minecart. Wum, 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 wum. Das ist ja cool. Ich will auch so was cool. Wum, brrm, brrm. So. Einer hätte ich noch. Kommt ihr. Oder nein, die öffnete ich in der nächsten Folge. Und das ist lustiger. Nein, der hat mich weggeschmissen. Ach, nö. Gut gemacht. Oh, nö. Hier ist dein Minecart. Ey, nein, nein. Ey, da habe ich auch runter. Nein, nein, nein. Jetzt schmeiße ich ihn runter. Und komm her. Wuh. Hinfahrt mit dir, du Lumpf. Und dann setze ich mich mit meinen Minecart schon, grüßt damit rum. Brumm. Das kann nirgendwo drüber fahren. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Hä? Jetzt hat er mich wieder rumgeholt. Er hat mich aus meinem Minecart rumgeholt. Okay, und ich würde sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, die drückt mich rum. Und guck mal, was ich mit meinem Kopf kann. Voll die frechen Sachen. Ja, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Wenn es wieder heißt Minecraft Minigames, dann öffne ich noch so eine Truhe. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück. Und bis dahin würde ich sagen, haut's rein und... Ciao, ciao. Und ich lebe doch. Toll.